Willkommen zurück zu Diablo 2 mit dem Gorak und dem Feuerbart. Hallo. Hallo. Los geht's. Und natürlich mir selber auch. Ja, mir selber ist auch dabei. Dem Aliena. Ihr müsst auf YouTube gucken, mir selber, let's play. Ja. Hadi. So, wir gehen nach dem Palast hin, ne? Ja. Wollen wir noch machen. Zum Palast müssen wir jetzt, zum Palast. Wir gehen zum Palast. Dann weiß ich wenigstens, wo wir hin müssen. Oh, guck mal hier. Das ist schon mal was wert. Wir müssen in den Haarlem. Das ist ja gar kein Thron. Warte mal, wieso komme ich denn? Wo ist denn der? Jetzt ist es schon wieder so weit vor. Wir sind in einer Stadt, wo ein Palast ist und du bist irgendwo im Südwesten, wo wir überhaupt nicht gespawnt sind. Und wir sind schon wieder vorgerannt. Heißt die Ebene auch bei euch Haarlem? Ja. Der Haarlem. Oh, geil. Hier ist ja auch, die ganzen Mädels sind abgeschlachtet worden von den Dämonen. Stimmt, ja, von den Dämonen, die aus der bösen Spalte kommen, ne? Die geheimnisvollen Spalte. Die geheimnisvollen Spalte war es ja. Du bist eine Woche zu spät. Oh, hier geht es direkt zu Level 2. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mich erst hier hinten umziehen. Warte mal. Umziehen? Spielst du wieder ohne Hose? Ähm, wollen wir erst mal, wollen wir direkt in Level 2 oder was? Oh Gott. Lass erst mal Level 1 abchecken. Lass erst mal gucken, wo sind wir in der Karte reingekommen. Guck mal, das sieht was interessantes aus. Da geht es auch zu Level 2. Vielleicht finden wir noch ein paar Chick-Überliste. Ja, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Geht hier überall zu Level 2. Ja gut. Aber das hier rechts sieht ein bisschen fancy aus. Ja, ich guck mal links eben runter. Ja, ich guck mal rechts eben runter. Ja. Hier sind aufgespießte Wachen. Der Feuerwehr ist ganz woanders rausgekommen. Wie kann das denn sein? Ja. Tatsächlich. Oh ja. Wollen wir voneinander zukämpfen oder wollen wir lieber das sein lassen? Kommt davon, ob du klarkommst alleine. Oh, das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt. Kommt davon ab zu klarkommst. Oho. Wie schön. Der Feuerwehr liegt gleich wieder in der Ecke. Ach, Gott, 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 Gott. Dein Fuzzi penetriert mich echt zu sehr. Der ist... Oh, der läuft, der läuft, der läuft. Oh, die sehen ja geil aus, die Typen hier. Blunderbore. Wie heißen die auf Deutsch? Tolpelt, Tolpelträger. Was wie? Tolpelträger. pülpelträger da finde ich blunderbore aber besser ja meistens in englischen begriff ja auch blunderbore original ist einfach meistens besser ja gar nicht woher hier geht schon eine ebene 3 aber einfach ein bisschen was ja wir checken hier was wir müssen wir den feuerwart ja noch finden ich komme ich einfach teleportieren klick tür auf leiche plündern so ist das laufen ich habe hier irgendwie so eine ganz epische rune und glaube ich bis was ich farblich ja gut hier geht es wieder zu level 1 ich glaube ich bin noch am ausgang gewesen also wenn die edelsteine oder so was braucht ich habe eine ganze menge ich hätte jetzt ich habe auch einen ganzen arsch voll zeug aber ich habe in der gesamten session heute noch nichts gefunden was mir nur ansatzweise weitergeholfen hätte ich auch nicht wirklich dort hast du hast ein setgegenstand bekommen hallo ja ok aber so richtig toll war der auch nicht ähm das war eine sakkasse 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 hey doof ist es dass hier die karte noch nicht aufgedeckt wird wenn einer der andere da hin rennt ja deswegen ich weiß ob er schon geplündert ist hallo hallo da ist schon geplündert da ist schon geplündert du läufst gerade den ganzen weg ab den ich gelaufen bin hallo bleibt du bist ja nur der eine raum hier der war noch nicht geplündert die zwei räume aber der rest ist geplündert hier geht es auch wieder zu weil du läufst gerade nämlich die richtung wie ich gerade den ganzen weg abgegangen bist auf die zwei räume hallo guten tag ich habe euch gefunden warte mal hier oben links war doch da ein eingang ne ja genau das heißt wir können jetzt entweder rechts ist der ausgang hier unten rechts ist auch noch ein ausgang echt noch einer ja komm lass mal hier oben jetzt reingehen jetzt sind wir gerade hier aber nicht von hier aus können wir diesmal zusammen rein da ist der stromwold weißt du der geht da in den geschlossenen raum sieht dass man nicht weiterkommt und fordert sich dann extra weiter der gwarak hat ja schon gesagt dass wenn er nicht weiterkommt du bist ja trotzdem reinkern vorher war da kann ich ja nicht ich bin vorgegangen und gwarak ist mir doch hinterher gekommen das war doch viel geiler ist deswegen ist das ja so geil ich bin eingefroren die musik ist geil hier höre ich gar nicht ich muss die mal ein bisschen lauter machen glaube ich die musik ist wirklich gut richtig kommt richtig auch noch ein bisschen lauter die musik hier geht es zu level zwei palace keller aber da wollen wir noch nicht hin aber jetzt mal aufklären wollen wir noch wollen wir noch absuchen ja ja mich auch für genau ein bisschen dp ich bin also liegen ob ich denn mal rache es gilt muss er denn in der feuerbahn rache hier ist allena ach da ist auch der feuer war alles gut ja jena alien r lang das alien ist jetzt zu level 2 hoch ist echt geil das ist voll schmissig ich höre immer noch nicht ganz laut gemacht ich habe immer noch nix oder ultra leise dann stimmt da immer nicht kacke mit der kacke jetzt ist die musik hat aus bei mir bei mir auch jetzt fängt sie dann ja da ist ein teleporter gut dass wir nicht gedingt sind hier ist noch ein zweiter weg nach unten wieder bei mir ist der teleport bei dir ist das ah ja alle andrücken obwohl bei mir leuchtet scheiße leuchtet zwar aber er ist nicht aktiviert für dich er bekommt die seite heruntergekommen machen hier durch jetzt wo ich auch nicht mehr rein sollen wir hier unten durch durch ihn jetzt können wir gleich hier unten durchgehen so was haben wir denn jetzt noch zwei teleporter fehlen uns noch der arcane sanctuary und canyon of the mage seid ihr denn da reingekommen da unten weiß ich nicht voranzut auch noch okay gut alles klar ich suche gar nicht wo wollt ihr denn hin durch den links eingang der feuerbar ist da ja ich komme ich komme gerade hinterher der feuerbar ist verwirrt schön ich bin gar nicht verwirrt ich fand es nur so geil dass du saß wo wir mal runter war gesagt ja und dann 20 20 sekunden später wo seid ihr denn und dann denke ich mir so der alte mann bei uns ist verwirrt lass mich hier nur ich kann nicht mehr gut denken oh hier ist der weg zu level 3 du bist doch nur zwei jahre älter als ich oder so ne ja das macht sie schon bemerkbar dafür habe ich kinder und hunde und die verheiratet und so weißt du was das alt macht kinder und hunde immer das alte oh was machen die denn hier guck mal die haben grün leuchtende hände die will ich auch haben du leuchtest auch grüne bin vergiftet bin vergiftet bin vergiftet bin vergiftet ich muss gar nicht mal luken dirp hund dirp jetzt ist tierisch unübersichtlich hier ja das stimmt erinnert sich ein bisschen an die an den an die an die dritte an den dritten teil in diablo 1 diese höhlen die waren auch so eng wo wir da aneinander vorbeigelatscht sind das war alles eng und schrecklich eng war es immer ja eng ist ja prinzipiell auch nicht schlecht aber in dem fall wir machen die tür vor mir zu ja was ich was ich auch so krass fand war ähm oder was ich auch so krass find ist halt das ähm hier geht es auch wieder runter ne das ähm äh der ähm das spielst du jetzt magier ne? ja der magier verwirrt mich auch sehr muss ich sagen wieso? hier in dem fall weil du hier in diesen engen räumen ständig auf einmal vorrennst da renne ich dir hinterher dann rennst du vor eine Zubewand und dann polst du dich einfach durch und da bin ich total verwirrt ja schön ne ja gehst du runter? oder was? ja du gehst dahin da haben wir alles aufgedeckt jo jetzt ist jetzt soweit alles kurk da können wir an die nach unten gehen oder? bei mir ist auch die ganze karte aufgedeckt ja dann gehen wir runter in level 3 warte ich bin ja nicht ich bin ja nicht so wie ihr ich bin ja der liebe von uns dreien damit die zuschauer das auch wissen ich bin der liebe von uns genau wer ist der böse? darf ich der böse sein? nein du bist du bist der ganz ich bin der harlige du bist der verwirrte alte mann oh ich sterbe ich sterbe achso der verwirrte alte mann ne läuft 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 klappt er noch? läuft bei dir? oh hier ist Feuerauge oh der ist auch eieiei was hat der seine Gedärme hier verteilt? die sau Dornenschild das muss ich mir angucken wer hat er aufgenommen? ich Dornenschild? ein gelbes? ne da hat der Ninjalars hat wieder zugeschlagen ich hab ja ein Zschild ich brauch das wahrscheinlich eh nicht oh wobei ja guck mal ob du es brauchst du bist ja eh meistens eher vorne als ich danach guck ich ob ich es brauche ich hab jetzt nicht so gut angeguckt aber es hat ziemlich viel Verteidigung auf jeden Fall das ist ja ganz cool guck's dir mal an kannst du mir sonst ein altes mal geben? ja ich guck mal erstmal ob ich es besser ist ja für Verteidigung Abzeichen der Viper Dornenschild Verteidigung 17 oh ne das ist ja mein altes viel besser zumindest von der Blockchance und Verteidigung ja gib mir doch mal zurück und dann guck ich mal was ich mache ja dann nimm das mal hier ich leg das hin das sieht aber auch ziemlich cool aus sag ich mal ähm er meint der plus 10 zu stärker ist natürlich eigentlich ganz cool aber der Widerstand ist ganz nett der da drauf ist ne ja aber also das ist deutlich schlechter als das was ich habe da ja aber ich will mein Z-Teil nicht wegpacken ich habe eine gelbe Eld Rune bekommen ja die sind nice mit plus 75 damage gegen Untote nein ich kann ich nehme das Schild sehr gerne so ich habe jetzt mal Rache wieso das Problem ist ich kann mein mein Schwert dann nicht mehr tragen Manuel guck mal hier ob du die brauchen kannst was denn die ist mit Schild Verstärkung und so wenn die tot sind schmeiße ich das mal auf den Boden gleich ich mache mal ganz kurz den Town Portal und packe das Schild zu Hause oh hier einmal gucke er bitte irgendwo hin ich kann nicht noch mehr tragen so was sollte ich gucken da ist so ein goldener Stein ob du den brauchen kannst ähm ja aber ich habe ja keine sockelbaren Gegenstände weißt du ach so ja dann heben die auf da ist ja mit Schildblock und so weiter das ist eher was für dich denke ich übrigens was ich eben sagen wollte wofür wir den ähm Würfel zum Beispiel benutzen können wir können zum Beispiel aus den kleinen Edelsteinen und größere Edelsteine machen indem wir drei Edelsteine reinpacken und die dann ja genau richtig das hatten wir in der ersten Session glaube ich auch zweit einmal probiert ne hm hab mir jetzt nicht aufgenommen äh guck mal hier ist ein Portal oder sowas das kann man anklicken mit ja hier bei mir hä wie bist du da reingekommen durch die Tür ach ich renne hier ganz oben rum ist das unser Ziel eventuell hier weiß ich nicht was soll man überhaupt machen was soll man überhaupt ich bin zurückgeportet worden was ist jetzt los wahrscheinlich wärs ein bisschen am lecken oder so das glaub aber ein bisschen das hat zwei dreimal massiv geleckt bei mir auch schon jetzt kommst du an hier ja ja wer klickt auf das Portal ich ich dann gehen wir da und dann rein ne dann gehen wir rein ne ja also das deutet ja alles auf Tadarasha hin nach der Quest Story äh oh Tadarashas ist der Tadarashas Scrab der ist im Prinzip tot Teleportkreis achso ok Teleport Pad wir müssen natürlich gucken wo wir hinkommen das hier sind ach guck mal hier das ist ja geil was seid ihr denn ja ja Ziegen-Clan das sind Ziegen-Menschen Äxte die auf Ziegen hauen oh Geister Äxte die auf Ziegen hauen Pass auf die mal ein Feuer die sind böse ja ich sehe ich gerade Feuerphönix oder sowas hör mal du Dreckvieh ein Ghoul-Lord ich bin nicht auszusehen mein Gürtel ausgezogen ach du lass mich raus danke wo ist Spekter Hallo ein Geist ein Geist da drüben sind so sind so Schieß-Fuzzis die diese Ghoul-Lords die sind scheiße so dass die heilen sich die Spacken wo bin ich denn jetzt rausgekommen oh das ist ja ätzend mit den Portalen hier verwirrend ziemlich verwirrend wenn du mich fragst aber cool gemacht sowas hatte ich gar nicht erwartet jetzt hier mein lieber Gesangsverein so jetzt haben wir da wohin wollen oh fuck das ist aber mit mehreren Leuten ganz schön nervig hier das ist jetzt wieder dieses Diablo 1 Phänomen was wir gerade haben dass man nicht weiterkommt ne? was mit dem Blocken ja bei Diablo 1 kann man den einfach wegdrücken ne? da hast du zwei damals geschossen dann war der Gegner weg also der der Mitspieler ja ja genau geht ja hier leider nicht mehr gehen wir aus dem Weg ich sag mich wir kicken gleich aus der Party raus und töten wir den Leute geh doch mal hoch vorne auf die Plattform wieso? es ist so schön hier schmeiß ihn aus der Party und wir töten ihn au es geht nicht weiter ich komm die Treppe nicht hoch meine Räume na gut Nerv Hack wir haben alle weg da hinten der Google bisschen noch bisschen noch in der Wurmgurv da war das schlimm da kann man doch nicht mehr durch ne hier ist zehnmal schlimmer ne die Wurmgurv in der Wurmgurv gab es so einzelne schmale Gänge die ja dann auch schamlos genutzt wurden ja hier hier das war die ganze Zeit nur so schmal ne hier war das das gab es das hier ist ja fast genauso hier ist die Wurmgänge ja hier jetzt ja aber die Treppen die Treppen sind fies wo er grad stand auf der Treppe kamst du auch nicht vorbei du konntest schießen aber ich konnte nix machen ich würde sagen wir teilen uns einfach und wir gucken wo es Ende ist und dann machen wir ein Portal für den Rest ja ich schnetze mich aber hier so ein bisschen durch aber die gehen ganz schön viel aushalten ne na die Spectren die sind echt scheiße ja diese Fürsten aber auch geh mal ganz woanders hin jetzt ich glaub die Fürsten sind immun gegen Feuerschaden oder Magieschaden ich muss da ein bisschen drauf fahren ich schlag wieder die ganze Zeit nur vorbei ach guck mal da kommt der Feuerbart angeland ich muss dir mal helfen oh dieses dieses Rache ist geil was ich jetzt was gilt aber nö sagen wir nicht nö nö was denkst du denn ja guck mal wenn Geworrat genau in der Mitte steht kann ich nicht vorbei ganz komisch der ist halt so breiter man das ist das sind nur die Schultern jaja das ist ein Mana schreien das ist gut weil diese Rache ist echt geil es braucht aber so viel Mana vielleicht muss ich nochmal Mana skillen da sollen die Zuschauer mir ruhig mal einen Tipp geben wo ich Mana skillen soll ich glaub das wird als Paladin auch zusätzlich wichtig ja ja glaub ich schon weil ich mein Mana so weghau hier jetzt mit Rache ich hab Rache geskillt jetzt ja gut ich hab mittlerweile so viele Punkte auf Wärme wo ich dann mehr Mana regge ich hab zwar immer noch Mana Probleme aber wesentlich weniger als ich sonst hätte ja also es ist nicht schlimm wenn mein Mana aufgebraucht ist weißt du dann ist es einfach äh als wenn ich normal zuhaue ja deswegen ist es nicht so schlimm boah sind diese Ghoul-Lord ätzend ach du scheiße der Ghoul-Fürst ne ja ich klinge da und komm hier auf boah fuck boah das könnte eng werden das könnte eng werden stirb doch ich glaub ich komm jetzt zu euch weil da wo ich lang gegangen bin ist nix ok boah klebst du noch ach safe ok nein ich bin noch im desktop geflogen boah was machen die Feuerbälle von den Pennern Schaden alter klick Ende klick anfangen stirb endlich Könnt ihr mir ein Portal aufmachen? weil ich weiß gar nicht so genau wo ich lang muss ach das wäre Herz allerliebst sind denn noch mehr? das hört sich auf mach mir ein Portal auf mach mir ein Portal auf ach so warte ja warte so Entschuldigung ja steht eins danke jo oh fuck 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 da oben ok wo ist denn der wo ist denn der Goerkin? irgendwo da hinten ich komm nur weiss ach so warte mal ich bin durch irgendein Portal aber das ist ja total einfach warte mal ich glaube ich weiß wie man da hinkommt ich kann mich einfach rüber teleportieren ich muss ja gar nicht durch die Scheißdinger rennen ja aber das ist ja auch eigentlich relativ simpel wie man da hinkommt ne? ich kann mich trotzdem rüber teleportieren ohne zu laufen oh und die Gegner? hinten durchs Portal ich muss aber gerade meine Mana Tränke auffrischen hier äh meine Heiltränke und die Geschichte hier das Problem ist ich mach denen kaum Schaden weil die Immunen gegen die stecken aber auch verdammt viel ein die stecken aber auch verdammt viel ein mit meiner Axt hab ich auch und die Feuerbälle von denen die sind so fies und dann waren die Spectre noch diese Bodenfeuer gemacht haben das war krass mhm ne die Spectre machen die Bodenfeuer da sind die Fürsten lass mal rüber gehen Kasala machen Kasala das ist hier mal Schluss mit lustig Schluss mit lustig ja guck mal hier das hab ich noch gar nicht aufgedeckt zum Beispiel das ist wie das nicht hier ist ein paar da den Schild hier ist nämlich auch unser Ziel echt? dann stellen wir mal ein Portal äh sicher das ist nicht eine Öffnung und ganz normal das Ding meinst du nicht dass das das Ziel ist? oder ist das nur eine Schatzkammer? ne ich sag ich nix ja ist klar lass mich kämpfen und blünder schon mal voll kannst du doch ab ist aber nix tolles dabei gewesen ne brauchst du die Übung seit ihr denn ja da ist ein kleiner Zauber mit Verteidigung